Hallo liebe Zuschauer, willkommen auf meinem Kanal. Eine neue Schwangerschaftsankündigung von Ken Yaman und Demet Özdemir. Demet Özdemir machte neue Aussagen über Ken Yaman. Demet Özdemir ging mit ihrer Schwester und ihrem Bruder nach Habeye, um sich das Konzert von Mabel Matisse anzusehen. Demet Özdemir, die im dritten Monat schwanger ist und einen kleinen Jungen erwartet, beantwortete die Fragen der Pressevertreter. Demet Özdemir sei ein Junge, sein Name sei jedoch nicht bekannt, sagte er. Dagegen kann ich mir den Inhalt von Demet Özdemir nicht ansehen, der auch über die neugeborene Bande sprach, die die Türkei erschütterte. Ich fühle mich schrecklich, ich versuche selbst darüber nachzudenken, was getan werden kann. Wir haben am Programm von Ogu San Ugu teilgenommen. Es gibt bestimmte Pflichten, die uns obliegen. Aufgrund unserer Folloverzahl und Sichtbarkeit versuchen wir unser Bestes zu geben. Aber die Situation übersteigt unsere Vorstellungskraft. Ich habe es so satt, jeden Tag mit dem Gefühl aufzuwachen, dass es mir schlecht geht. Ich bin derselbe Kandidat, ich kann nicht mehr hinsehen und bin unglücklich, sagte er. Vielen Dank, dass Sie sich das Video angesehen haben. Auf Wiedersehen. Wir sehen uns in neuen Videos. Wir sehen uns in neuen Videos. Bis zum nächsten Mal.